Hallo, guten Morgen, wir melden uns direkt aus dem Auto, wir fahren heute zum MSC Black Forest nach Hope am Neckar und machen eine Testfahrt mit unserer Paula, die ist hinten auf dem Hänger drauf, nehme ich heute mal den ganzen Tag mit, viel Spaß dabei, bis denne, ciao! Jetzt geht's los, voll am Start, freut mich schon! Also, erste WP muss ich sagen, Auto läuft wirklich super, wir haben volle Leistung, das ist ein toll abgestimmtes Auto, es fährt einfach wie es soll, Klimaanlage geht, mega geil, ich fahr nicht ohne Klimaanlage, Fahrwerk ist gut, Bremsen sind gut etc., Bleiben sind gut, wir werden heute richtig viel Spaß haben, das gehen wir mal bereit in die nächste Runde, bis später! Sicherer Cook, Klimaanlage, Klimaanlage!